die verbindung von bluetooth geräten mit einem android smartphone ist relativ einfach und das werde ich dir am beispiel von diesen airpods der dritten generation und den airpods pro auf meinem smartphone zeigen du kannst die anleitung natürlich auch für andere bluetooth geräte verwenden wenn du deine airpods mit einem android smartphone koppeln möchtest dann klappt die als erstes mal auf und dann gehst du auf den android smartphone in die einstellungen hier gehst du dann auf die verbindungen und als nächstes musst du schauen ob bluetooth aktiviert ist das können wir jetzt mal aktivieren und nun wird er einen suchlauf starten und er wird diese airpods hier nur finden wenn sie aufgeklappt sind die siehst du jetzt hier zum beispiel das sind die normalen airpods dritte generation und hier liegen noch meine airpods pro und wenn ich die jetzt auch finden möchte dann muss ich die einmal aufklappen damit das hier schneller geht durch mal kurz auf stopp und starte den scan erneut und dann wird er hier auch die airpods pro gleich finden und hier stehen sie auch schon und wenn du dich jetzt mit einem dieser airpods verbinden möchtest dann tippst du einfach hier drauf dann wird er auch schon eine kopplung durchführen und das müssen wir jetzt einmal mit ok bestätigen und nun sind die airpods auch schon gekoppelt der funktionsumfang ist natürlich nicht wie bei apple da die airpods ja für apple geräte konzipiert sind du kannst jetzt lediglich die airpods umbenennen du kannst sie entkoppeln und du kannst festlegen wofür du die verwenden möchtest kommen wir mal zur steuerung der airpods pro wenn ich die mit meinem android smartphone verbunden habe dann ist das noise cancelling bei mir automatisch aktiviert und ich habe jetzt auch keine möglichkeit gefunden das zu deaktivieren was ich steuern kann ist hier noch die pausierung und wiedergabe von videos oder auch musik einfach auf die flache taste drücken und was man vielleicht von apple kennt wenn man hier rüber streicht nach oben oder nach unten dass man das lauter oder leiser macht das funktioniert leider bei einem android smartphone auch nicht da braucht man denn ein iphone für wenn du wissen möchtest wie man solche airpods oder auch andere bluetooth kopfhörer mit windows geräten koppelt also mit desktop pcs oder laptops dann findest du ein video hier ich sag dann erst mal ciao wenn du mehr sehen möchtest dann guck dir am besten das video an und dann bis zum nächsten mal